servus glück auf und herzlich willkommen zu einer folge rast mit dabei der natrix der gerade irgendwo am erd rumpimmelt ja und zwar ich stehe sind bei uns im zweiten stock hier außen wie ihr seht und was hier direkt auf unsere hütte hierzu kommt oder kurz vor unsere hütte runterkommt das ist der erdruck jetzt warten wir mal entweder kommen wir jetzt tausend leute an und ich bin auf die fresse oder das ding kommt hier ganz gemächlich runter wir können das luden und das alles schick weil das ist nämlich erst gerade hält worden und so wie das aussieht kommt er direkt hier auf die bs alter direkt auf die bild zwischen unserer alten bs unter neuen bs hier ja ich muss jetzt eben kurz was klar machen ja lass mich ruhig alle wenn ich so gleich um die ecke habe ich doch in einer minute da ja gar nicht beleidigt essen erstmal daran chaos in der kisten abschließen kann ich den leider von hier ausmacht das ist noch zu weit oben machen wir mal das was vernünftiges drin ist das kann natürlich auch sein dass die jetzt von der base da drüben die 3g ankommen und so einer vielleicht sehen sie es aber auch gar nicht bei der kammer in der nacht also weiß weg dass der immer so lang brauche man kommt runter die zu ja eigentlich wollte das gar nicht zeigen wichtigsten sortieren noch einen ofen bau und so aber ihr seht ja er tropfen ist er tropfen ja er kommt hier beim masken kommt der runde alles gut und das spektakel man was ja da kommen schon welche jetzt bin ich komm auch erst mal daran siehst du den treff ich noch nicht ja dass mich wieder fertig dick er ja da kommen sie schon da hinten kommen sie ja kommen mehr kommen mehr hier ist doch noch bei deren base ich meine es kommt von unten von der rechten seite kam ein grad das sieht mich nur der ist ein im wald drin werde ich auch nicht ich bin hier am stein so leute jetzt muss ich ran ich komme auch nützt nichts da ist auf jeden fall gerade einer gewesen wie gesagt wird wahrscheinlich den kürzeren ziehen ich mal start davon aus niemals weil ich am pvp der beste bin ja alles gut ich bin da da ist schon einer scheiße der hat so ich habe mal ein handy geben wir sind zu zweit hier ich habe den weg jetzt liege ich auch die waren zu zweit hier man ja so ist es noch einer ja mit smg ist eh keine chance ganz groß du bist der macher junge du bist es ja selbst beide getötet ist jetzt auf der fresse gekriegt mit der smg ja genau denke du hörst es oder ich bin schon auf dem weg einfach nur mal gucken und ich war jetzt ganz nicht nur aufheben natürlich liegen lassen ich hab ja nichts am bogen bist du das dann helfen wir mal hoch danke ach Junge jetzt mal ernsthaft ich hab nur einen bogen du wichser ja echt so eine spackos mein gott echt sowas lächerlich ist ja ich habe das wichser gesagt leute ich schneide es auch nicht raus sind halt wichser ich habe mich doch gerade schon gekillt er weiß doch dass ich nichts habe was will er denn spackos sowas richten mich auf besser jetzt so alle sachen rausnehmen und auf dem boden schmeißen damit sie wegdrucken so spackos sind das nämlich mein gott echt sowas lächerlich ist junge junge ja ich hätte natürlich auf ihn geschossen mit dem bogen sicher aber trotzdem muss ich auch mal aufregen das thompson ja die rennt da mit der thompson rum ja ja da muss man die scheiße wegfressen hier oder was ja 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 ich habe jetzt noch 15 sekunden länger woanders Döschen fürs Döschen braucht er noch ich bin auch ein held wo ist eigentlich die hose hast du die ne da ist er ich hätte es auch in die kiste gefunden ja ich muss mal hier ein bisschen wir haben nicht so viele kisten dass wir hier irgendwie so die ganze verrüstung lassen hier das ist topi ganz viel waffen lassen ist auch gut aber die müssen wir lernen das müssen wir lernen das müssen wir lernen bring mal wasser und fleisch und die restlichen lebensmittel mit ne lass das mal da hab ich extra da gelassen ok wenn du da mal spawns dann kannst du dir das reinhauen damit du einmal voll bist weißt du kann ja mal sein dass wir hier belagert werden oder sonst was da müssen wir nochmal einen bogen reinlegen oder dann sobald wir was gelernt haben ein paar sachen halt gut jetzt brauchen wir erstmal eine werkbank und den scheiß sonst kommen wir hier nicht weiter aber eigentlich sollte ich auch noch mal zu meiner leiche gucken gehen aber gut ja ich gehe mal schon dahin ich bin eh nackig ja mach mal noch die rüstung und so da gelassen haben mindestens wahrscheinlich nicht aber wenn sie da jetzt darum kümmern die ganze tor mit seiner thompson sondern dass wir gerne wohlwarten deswegen jetzt müssen wir erstmal hier wegbank irgendwie auf die beine kriegen ja den einen der wo den loot kapital den habe ich mit dem bogen noch weg gekriegt ja und dann stand hinter mir einer und hat mal einen den habe ich ja noch laufen sehen aber den haben sie auch noch geküscht da läuft immer noch einer rum ich glaube das kann mit der thompson oder kann nur sein dass ein anderer nackter ist der sich sein zeug wiederholen ja da ist kein nackter da mit dem bogen geben dir sofort hätte mixo matuts na wohl dann ist das aber nicht mehr der mit dem thompson ne guten tag bogen ähm warte ich doch gar nicht weil eben das ähm stoffen hast du drüben hingepackt ne ja ja gut und ich werde hier erstmal ein cut reinhauen bei mir weil ich werde jetzt hier erstmal das fertig kräften die werkbank stellen oder ganz scheiß das ist ja auch mal sehen uns da wieder steht also bis dann bis gleich selber sind wir wieder der natrix ist am schrott platz gegangen oder jetzt gerade nicht mehr jetzt bin ich gerade außerhalb an der fetten bester hinten steine kloppen ich mache hier gerade noch die fässer weg ich warte auf meine picke weil die liegen zwei eisensteine wir brauchen dringend eisen dringend eisen eisen holz alles so jetzt müsste ich wieder zurückkommen ich hoffe dass ich auf dem richtigen weg bin ja da ist noch ein stein den muss ich auch noch mitnehmen das ist immer so oder willst du zurückgehen ne dann loot weg bringen und dann siehst du noch das und das musst du mitnehmen und des und des ja den metall nehmen wir natürlich auch einmal mit da das natürlich direkt bei uns an einem bud ist bringe ich es direkt rein ja ich sehe ich habe revolver gemacht vier stück noch mal stein besser wie nicht so ein revolverchen gut öffnen die doch alle aus ich muss noch im vergleich holz machen na bevor wir mal ins luten kommen ja ich glaube der hat noch genug so jetzt müsste ich das schaffen auf dem weg nach hause halt kann ich mir erstmal hier ein oberteil machen ne was wollte ich hier mitnehmen irgendwo muss doch hier unseren putze sein gucken wo ich bin m8 n rüber n9 will ich rüber das heißt einmal ach da ist mal ein stein n ich komme hier nicht weg n ich komme hier nicht weg bin aber normalerweise nicht einen kleinen umweg nehmen hier bin ich doch wieder falsch ich muss da lang an der großen putze vorbei da habe ich eigentlich gar keine lust da ist nämlich unsere putze genau so dass wir den scheiß weg bringen wenn es natürlich einer kommen würde das wäre super ärgerlich den höre ich hier hackst du gerade holz stein ja im blauen shirt ja ja man müsste so mal lady als schon eine figur kennen also bitte dich ey ne 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 sexy tiger so die zwei feste noch mitnehmen die bieten sind buggy kannst du hier mal für unsere gummistiefel was deck mein arsch einmal den scheiß weg sortieren ich hoffe du verballerst nicht wieder alle planen ja holz ist genügend drin stein haben wir erstmal genügend drin was haben sie gesagt ich habe sie akustisch nicht verstanden ich habe gar nichts gesagt so packen wir da hier gleich die öfen nochmal voll dann haben wir die so können wir genug metal 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 machen so dann haben wir hier eine kiste dann haben wir das 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 rein Drap rein das rein das rein das können wir mal anziehen dann Fensterläden gut komm packen wir die da auch rein ähm die haben wir und die das kann der Zago lernen wenn er will so gut das muss reichen mit farben schnauze voll schnauze voll ja hallo geht das nicht und da haben wir das da haben wir klamotten wo hast du die da war doch plane hier drin hast du die eine schon raus oder was ne wenn dann hast du die verballert ich verballer keine plan ich habe keine plane verballert würde ich niemals nie tun so dann war doch in irgendeiner kiste meine ach hier sind meine gummi stiefel so gummi stiefel ganz wichtig so da nicht was man erzählt von öfen voll machen ich hab doch den einen rechten ofen hier voll gemacht grad ja aber wenn dann 82 holzer drin liegen wird er auch nur zwei sekunden lang brennen ja 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 wie hör auf komm hier von der schwerarbeit zurück von der schwerarbeit jetzt bist du rumgepimmelt weißt du erstmal wieder holz machen macht das sonst keiner hier in dem haushalt geht das gluten du brauchst kein holz zu machen wie gluten ja holz kann man in der nacht machen wir gehen das gluten es ist noch hell ja dann komm ich warte jetzt auf dich na hier seht ihr mal im zargo seine baukünste da hat er einfach so eine luke drin gelassen keine ahnung für was das ist vielleicht würde er sich hier verstecken wenn da welche kommen oder so oder oder wie meine frohe sagt bushaltestelle so gerade geschossen oder was ja gehen wir mit der teuren muni nicht so oben hier so verschwenderisch es sind noch revolver da nur zur info ne ach so ich wollte auch noch einen mitnehmen ja griff zwar eh nicht aber hat er erst grad welche hergestellt so so und wieder warten wir auf den natrixer ne schlimm schlimm sowas immer dieser natrixer ne ja einmal durchladen so aah so doof eine tür aufzumachen ey ne zuzumachen wo ist das denn hier straße runter welche welche hier straße runter welche ja links oder rechts ja auf der anderen seite ist auch eine straße hier hör mal auf hier rum zu ballern ja welche straße wir haben nur eine straße an dem butze nein das sind zwei straße ja da muss aber weiter laufen da hinten doch alles weggedudet hier ja da war auch ich entlang mhm ja da bin ich vorher entlang die ganze zeit klar ja was kann woher kommen von der arbeit zeig ich doch mhm was hat er schüsseln auch ne da hatte ich noch keine zeit mhm alles weg hier ich habe den ganzen schrottplatz und alles damit und hier einmal den weg bis hinten rum ich bin hier entlang und dann auf die rechten seite hin auf dem schrottplatz und dann einmal über den schrottplatz ein bisschen stoff habe ich dennoch übert lassen guck mal die typen an kann nur einer gewesen sein hier stell dir einfach so ein ding hier den weg her man 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 die leute gibt's schlimm 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 hat immer noch holztürn hier oder was mal gucken wenn er nur vorne holztürn wenn er hinten hat er dann sicher andere drin naja scheiße die haben sie geradet hehehe ne ja klar da oben war eine holztür drin die ist raus unten ist eine neue holztür drin also oben war verarsche oder was oder gehts nach unten naja die werden die geradet haben tja waren wir zu langsam die hat die auch machen können die oka und go plan plane plane ja immer mitnehmen immer mitnehmen brauchen wir ne natürlich mit für eine million stinke stiefel machen können stinke stiefel genau jetzt aber das rote fass auch mitnehmen oder ist das nur zum angucken da oder wie ach das kann man auch luden ja wir brauchen das doch zeug für meine gummi stiefel ich weiß gar nicht dass ich da zu der schüssel reinlaufen kann weil ich bin dann nicht zu dick angezogen ich hab auch nur holzmüstung hab ich nicht einmal an dann willst du wahrscheinlich irgendwann ende sein naja ich geh mal hier zu den hütten da noch was drin ist ja es war eine kisten sind ja noch immer kisten drin ja ja sagen können dass du schon jemand da war das ist richtig ja hier hinten ist auch noch mal eine kiste drin hier in dem ding war es in dem schon in dem anderen was sie drin hier ja 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 ein bisschen was zu essen flammengeschütz hey springladung wird schöner ja wir wollen uns ja mal mit dem zufrieden geben was wir haben nein wir brauchen springladung bohendose granate dann können wir uns zufrieden geben ja jetzt knastet 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 hier eigentlich nix okay ist die radiation aus auf dem server oder was ne ne also vorher hatte ich da auch knistern irgendwo aber hier knistern ist ganz gut wir können ja sein dass es nicht so stark ist weiß es nicht ein kühlschrank wo die lebensmittel immer schön frisch bleiben mhm nein bist du nicht fuck ich habe eine springladung alter hier sind zwei leute naja warte ich opfer mich einer ist tot ich opfer mich du musst ihn nicht opfern du musst töten ja ich muss erstmal gucken wo die sind man da hit hit ich glaube von hinten her hit einen draug er noch dann ist er tot fuck ich muss ihn nachladen ich habe ihn tot sauber Leute meine erste kille hier dum dum ja Revolver halt und die haben alles mögliche geil die haben hier schwer geladet ja sicher und Bohnendosengranate ja dann haben wir alles ab nach Hause und Moment was schmeiße ich dafür weg was schmeiße ich weg ganz schnell ganz schnell ganz schnell ich schmeiß das weg den Helm nehmen wir mit Leute, so kann es gehen. Wenn wir es nach Hause kriegen, dann ist Bombe. Ja, Revolver, ne? Gegen Armbrust. Die Armbrust habe ich jetzt auch liegen lassen, leider. Ich habe die anderen Sachen auch liegen lassen. Scheißegal. Ich müsste eigentlich mich irgendwie heilen. Ja, dann kommst du mir. Ich habe Bandagen. Ja, ich laufe erst mal. Also ich habe noch 22 HP. Wo laufst du denn? Also ich bin links von der Straße, ne? Ich laufe jetzt. Ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe dich. Hast du Bandagen, sonst gebe ich dir welche? Nee, ich habe keine. Ja, komm mal her. Hier? Kannst du mal den Pfeil aus mal rausziehen? Das ist scheiße beim Laufen aus. Unglaublich, ey. Und hier ist ja noch Stoff. Kriege ich nicht mit? Ah ja, doch. Okay. Dann lass uns links rum um den Schrottplatz. Nein, wir nehmen den Stall nicht mit. Nee. Ja gut, ab jetzt macht es dann, wenn wir es nach Hause kriegen, macht es dann Sinn, hier ein bisschen länger zu spielen. Ja, das auf jeden Fall. Vor allem, ich muss dazu sagen, ging eigentlich relativ, relativ schnell. Jetzt auch mit der Pistole, dass wir zumindest eine Pistole haben. Jetzt ist zwar gerade natürlich Glück, ganz klare Sache, aber gehört auch mal dazu. Da ist ein NPC. Ich weiß nicht, ob der schießt, wenn du die Stole drin hast. Na, ich bin gerade mit der Axt an ihm vorbei. Vielleicht hat der auch nichts zum Schießen, ich weiß es nicht. Ja, jetzt mal ernsthaft, kann das alles, dass der nur Nahkampf ist, oder was? Was weiß ich denn, ey? Dem geht die Muni aus, aber richtig. Schutzhelm haben wir auch. Ja, habe ich auch. Na, dann haben sie den schon gelernt. Frag mich nur, warum die keine Waffe hatten. Na, vielleicht hatten die noch keine Waffe. Ja, aber normal, wie gesagt, du brauchst ja nur, ich meine, da waren wir jetzt noch nicht, können wir ja auch nochmal hin. Wenn dieses Anfänger-Ding gehen, da kriegst du immer einen Revolver. 50 Squap und du kriegst einen Revolver, oder 100 Squap. Deswegen, an Revolver sollte eigentlich jeder kommen. Gut, wenn das die da von dem Fluss sind, wenn die da am Ende der Welt wohnen, ja. Haben sie vielleicht keinen Bock. Gut, die werden auf jeden Fall jetzt schon mal ein bisschen anders durch die Gegend laufen hier. Ach, das ist gar nicht unsere Base. Unsere Base ist ja da in der Richtung, oder? Dann ist es links, ja. Ich lauf jedes Mal zu der Base. Doch, das ist unsere. So ist das unsere. Ist das unsere? Ja, deswegen noch extra links vom Schrottplatz, dann kommst du ja direkt zu unserer. Ist sie schon so groß? Ich hatte die so kleine Ein-Erinnerung. Zwei Stücke halt. Ja, siehst du mal, was ich so nebenbei mache, ne? Ja. Kollege. Jetzt haut er wieder auf die Kacke, ne? Verbrauchst du? Komm rein. Weißt du? So, Sprengladung. Wo ist unsere leeren Kiste hier? Mach erst mal da rein. Bodendose rein damit. Ich habe auch zum Scrapp'n viel. Und zwar Zielcomputer, Überwachungskamera. Ja, ich meine, im Dingens ist auch ein Scrapper, oder nicht? Du warst doch da jetzt schon. Wo? Ja, im Dingenshafen, da im Schrottplatz. Äh, nein. Ich meine, da wäre auch einer. Ansonsten müssten wir wieder zu Schüsse rennen. Also den Helm... Ein Schritt nach links gehen. Kurz. Den Helm lasse ich erstmal hier drin liegen. Zum Lernen. Ne? Ist ja autorisiert am Baustrag, ne? Ja. Gut. Glaube ich zumindest. Ja, bis zu uns wäre jetzt Feuer. Sag mal, wo hast du die ganze... Da sind die Klamotten. Kannst du auch aufsetzen, wenn du willst. Ich packe mal einen rein. Den wollen wir lernen. Ja, wir haben ja zwei. Ich habe ja auch einen. Ja, und? Dann ist doch gut. Dann ist doch gut. Die Betten müssen hier raus, ey. Wo können wir Betten lernen? So. Was haben wir hier noch? Ich kann mal mitnehmen. Werkzeug habe ich ohne Ende. Wo ist die Waffenkiste? Packen wir da ein bisschen Werkzeug mit rein. Zielcomputer und so packe ich hier auch erstmal rein. Das können wir ja dann nachher mitnehmen zum Scrappen. Ja, eigentlich können wir direkt Scrappen gehen, halt. Ja, Moment, warte erst mal. Ich muss mich erst mal hochhellen ein bisschen. Dann habe ich noch was zum Wegpacken. Bogen. Macht zwei Bögen. Hast du eine normale Axt? Hatten wir schon eine normale Axt? Nee, gell? Haben wir, ja, ja. Kannst du mitnehmen. Ich habe die jetzt nämlich reingepackt. Ja, kannst du mitnehmen. Brauchst nicht reinpacken. Ja, gut, okay. Wo packe ich den Kühlschrank hin? Kühlschrank scrappen wir auch, ne? Wegen mir kannst du squelpen, also. Ja, aber wozu brauchst du den? Ja, sag ich, wegen mir können wir squelpen. Wie gesagt, ich weiß jetzt nur nicht, ob da ein Scrapper drin ist, jetzt im Dingens. Aber ich meine eigentlich ja. Aber ich will jetzt auch nicht hier mit dem ganzen Zeug dann eine Stunde lang rumrennen. Deswegen am besten mal eben gucken gehen. Können wir gleich noch einen Moment. Lebensmittel hatten wir hier vorne, gell? Dann habe ich in die kleine Kiste erstmal gepackt. Muss ich jede Nacht. Müssen wir noch ein paar Kisten bauen. Ähm, Stoffen war... Hier war doch irgendwo Stoff. Jetzt hängst du da an, mit den 50 mal die Kisten aufmachen. Hier ist kein Stoff. Hier ist Stoff. So, ein paar Bandagen herstellen. So, Herr Trixer, ich habe dir mal ein Bett hingestellt. Das finde ich aber nicht. Der ist zugeordnet. Ja, der nehme ich einmal Zielcomputer mit und einmal... Nein, lass erstmal hier. Wir gucken erstmal, ob da ein Scrapper ist. Ich will nicht mit dem ganzen Zeug da rumrennen. Weil das ist nicht gerade wenig, was wir haben. Mal hochhellen. Wenn da ein Scrapper ist, dann gehen wir direkt zurück und holen das Zeug. Wir haben die Straßenschäder, können alle weg. Die ganzen Dinger, Tanks können erstmal weg. Hier die Bleche. Ja. Kommt locker 200 bestimmt locker raus. Gut. Können wir nämlich Waterpipe leeren. Du könntest ein bisschen Klamotten leeren. Schneejacke auf jeden Fall und den Helm auf jeden Fall. Vielleicht nochmal Handschuhe, die kosten auch nur 20. Achso, müssen wir hier lang. Meinen Sie im Schrottplatz? Ja. Im Schrottplatz ist keiner. Ich meine, da wäre einer gewesen. Also ich habe da keinen gesehen. Ja. Ich bin zweimal komplett durchgegangen. Ja. Meinst du komplett? Ja. Hm. Gucken wir jetzt mal. Irgendwo ging es nämlich hoch zu so einem Ding. Und ich meine, da wäre der Scrapper gewesen. Ist aber schon eine Weile her. Hallo. Na, Loot können wir natürlich mitnehmen. Hm. Das brauchen wir direkt schnell. Oh. Taucherausrüstung. Kannst tauchen gehen, wenn du willst. Können wir. Hm. Meinst du hier hoch, oder was? Na ja, warte mal. Hier ist auf jeden Fall immer eine Kiste. Kennst du die auch schon? Ja, ja. Die habe ich nämlich am Anfang immer übersehen. Ab und zu steht es ja aber auch hier zwischen den zwei Fässern. Oh, 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 hier ist der Kran. Über den musst du es doch da hin. Ach, da hinten, glaube ich, geht es hoch. Ah, hier geht es auf jeden Fall hoch. Aber das ist das nicht. Das ist, glaube ich, wo der Stuhl steht, oder? Na doch, hier ist er doch. Weißt du, hier ist ein Scrabber und die Stühle. Ja, so, gut. Hier oben war ich nicht. Ja, wie gesagt, ist auch unübersichtlich, das Ding. Wenn das nicht so oft war es. Gut, das ist ziemlich mittig, ne? Ja. Dann können wir am nächsten Morgen da hingehen, wenn es über der Hell wird, oder? Ach, das machen wir jetzt eben, komm. Einer leuchtet, einer schießt. Jetzt hast du doch. Naja. No risk, no fun. Ich muss noch mal gucken, wo wir... Ja, hier müssen wir los. Machen wir uns eben schnell noch einen Kerzenhut, oder so einen anderen Hut, je nachdem, was du haben willst. Dann geht das schon. So bin ich Meinung, hier rechts, ja, hier rechts lang. Einfach gerade raus, wenn du links. Links ist unser Butzer. Das ist natürlich vorteilhaft. Ja. Da hat sich auch wieder keiner was mit, zum Erleuchten. Mal kommen sie rein. Ja, man müsste ja nur hier die Türe rein, hier leuchtet das. Ja, komm, jetzt hast du noch das Flammengeschütz, das muss auch noch ein bisschen... Ähm, ja. Hast du denn jetzt genommen, ja? Ja. Ich weiß aber, dass da nur zwei Dinge drin sind, ne? Wir haben da doch noch ein bisschen. Ein bisschen. Normalerweise müssten wir ja noch ein bisschen was haben. Ja, normalerweise. Wo hast du denn das hingepackt? Hier. Hinter dir. Bens Brennstoff. Gut, das können wir mitnehmen. Das hier. Das hier. Kühlschrank. Und den schweren Plattenhelm nämlich auch mit. Taucherbrille lassen wir mal hier. Vielleicht wollen wir mal tauchen gehen. Na, das können wir mal in die Klamottenkiste dann ballern. Ich baue noch hier die Taucherausrüstung. Ja, ich habe hier die Taucherbrille. Den Einwurfkasten willst du den ausgrappen? Nee, den nehmen wir mit. Ach nee, den nehmen wir nicht mit. Lass mal die. Handschuhe liegen bleiben. Zahnräder nehmen wir sechs mit. Und die ganzen Dinger. Es gibt das Gehäuse. Ja, die finden sie eh wie Sand am Meer. Machen wir so. Ach komm, so viele brauchen wir auch nicht. So, das, das aufsetzen. Das Holz kann hier bleiben. Ja. Waren wir los, ja? Machen wir ja hier außen. Machen wir erst mal das Licht noch aus. Ja. Kannst du das zwischendurch mal anmachen, wenn du nix siehst. Aber jetzt geht's doch noch. Gut, dann gehen wir auch hier direkt hoch. Hier sind wir runtergekommen. Ja, vom Prinzip her, wenn du weißt, wo der Weg lang geht, na, ist es nicht weit. Nee, wie gesagt, du musst nur einmal hier rein. Den Hauptgang rein und dann sind wir ja. Oh, ist das jetzt ein anderer Eingang? Na, ja, gut. Können wir trotzdem hinkriegen. Oh, ich bin der Meinung, ja, hier geradeaus und dann rechts irgendwo. Na, hier sind ein paar bei dem Waggon. Jawohl, läuft doch mal fast fast, ey. Da geht's wieder raus. So dicht an. Ist das immer an? Kann sein. Kann sein, kann auch nicht sein, dass das ein Fass ist, da oben einer ist. Lass mal hinschleichen. Ich mag mir nicht vorstellen, dass da immer Feuer ist. Nee, da läuft einer. Oh, fuck. Wo bist du? Ich bin hier neben dir gewesen. Ich weiß nicht, wo du bist. Hier, hier. Der kommt, warte mal. Weder gebe ich dem aus. Ja, weder gebe ich dem ein Zeug oder du mir deins. Ja, komm mal, ja. Weil dann kann einer hinterher gehen und einer... Oh, Moment. ...kann es gewinnen. Hier. Ja, der ist noch hinten weg. Ich weiß aber nicht, ob der alleine war. Oh, lass das mal langsam hin. Wir müssen hier ja rein und vorne hoch, ne? Na ja, genau, der war auch squabben, die Sau. Der wird weg sein. Ja, habe ich verpeilt. Jetzt ist auch das squabber heiß. Oder dass da der squabber ist. Jetzt hätten wir eine Tacke machen müssen. Der wird weg sein. Der wird gespielt. Na, sei da nicht zu sicher. Ich kümmelde auch irgendwo hier rum, ne? Nee, nee, nee. Nicht, wenn er gesquabbt hat. Der vorne ist nämlich Licht. Hm, keine Ahnung. Bin ich überhaupt... Na, warst du das? Nein, das war die Fackel. Ja, die Fackel. Rechts vor mir. Ja, von meinem Kran rechts. Ne, der war da hinten oben. Da habe ich das Licht doch noch gerade gesehen. Der ist da hinten oben gewesen. Da bin ich auch. Vielleicht war es nur ein Lack da. Ich weiß es nicht. Ja, wie gesagt, ich kann nicht in der. Ich habe das Zeug. Ich gehe jetzt hoch. Ja, bleib du mal da. Ich laufe hier an der Seite. Scheiße, komme ich hier überhaupt hoch? Nee, hier komme ich so nicht hoch, ne? Wo war denn der scheiß LKW? Da war mal im Kran rum, ey. Hier hoch, ne? Hier. Kommst du? Hm, da geht es doch nicht hoch. Hier, bei mir. Hier, 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 hier. Da geht es hoch zu, ne, ich sehe dich. Da geht es aber nicht hoch zu, da ganz hinten rechts. Da geht es doch zum Scrabber, oder nicht? Hier ist auch das Tor. Geh mal da durch. Es geht da nicht zum Scrabber. So. So. So, die selbe Idee gehabt, der Typ. Geh mal nachts squabben. So, ich bleibe jetzt hier gleich am Anfang stehen. Und du gehst nach hinten Scrabben, okay? Ja. Ich checke hier den Eingang quasi ab. Okay. Okay. Das dauert eh 500 Jahre. Jetzt mal hochheilen. Schau sie grad. Da bist du? Nein, ich habe mich verbunden. Ja, dann ist hier jemand. Unter uns. Ja, ich würde ihn ja sehen, wenn er hochkommt. Das in die Hose geht, ey. Ich hoffe mal nicht. Der Wieser, der ist hier auf jeden Fall hier unten langgelaufen. Ja, bisher ist hier aber ruhig. Ich bin hier direkt am Anfang, wo das Tor durchgeht. Ich würde ihn hören, wenn er das Ding hochspringt. Wird auch langsam hell. Bleib doch schneller, die Scheiße, ey. Puls, 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 Puls. Jetzt sehe ich überhaupt nichts. Hier ist wieder tiefschwarz her. Das ist so der Übergang. Da ist irgendwas nicht richtig bei dir. Das ist irgendwie buggy. Ich muss mit Rostenheimer neu starten. Jetzt wird es langsam hell. Aber der Übergang erstmal. Ja, aber das ist buggy. Es gibt so einen Schattenbug. Also ich sehe ohne Probleme. Das ist immer nur für einen kurzen Moment, weißt du? Das kommt noch die 18 Schilder. Also das ist eine Menge Stoff, was wir hier haben. Wie gesagt, bis jetzt ist ruhig. Ja, kann natürlich sein, dass der seine Kollegen holt oder sonst irgendwas, ne? Weiß man ja nicht. Oder dass er eine Waffe holt oder sonst irgendwas. Oh, ich habe das Gefühl, das ist noch langsamer geworden, das Quirpen. Ja, irgendwie sind auch das Herstellen, habe ich das Gefühl, das ist länger dauert. So. Ja, geh mal vor. Check mal die Lage. Also du bist fertig. Ja, klar, ich bin hinter dir. Dach. Ich bin auf jeden Fall rechts rum und dann geradeaus durch. Na go. Lass mich vor. Ich weiß ja nicht, wo du hinläufst. Ja, ich laufe raus. Du musst mir einfach nur hinterher. Ja, ich laufe zur Base, Alter. Ja, da laufe ich doch auch hin. Mhm. Bist du dir sicher, ja? Ja. Hier ist doch klar die Base. Ich bin den Weg laufen, wie wir immer laufen. Oh, ich bin an der Base. Du auch. Du hast Eingang, Ausgang früher genommen. Jo, 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 jo. Ja, das wäre geschafft. Sehr gut. Ja, Leute, damit sind wir am Ende einer Folge. Ja. Ja, die Nacht durchgemacht. Du müsstest aber mit Leben, wenn es ein bisschen dunkel ist. So ist nun mal Rast. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Schaut beim Natrix auf den Channel. Und jo, bis zur nächsten Folge. Ciao. Bis denn. Ciao. Ciao.